Liebe Zuschauer, schön, dass ihr am Start seid. Wir schauen uns jetzt von dem lieben Navix, der jetzt fast bei den 50.000 Abos steht, was crazy ist in so kurzer Zeit. Aber der macht auch gute Videos, muss ich sagen. Ich bin froh, dass ich auf ihn aufmerksam geworden bin. Wir gucken uns jetzt das Video von ihm an, die verstörende Seite von YouTube Kids. Das Positive ist, wenn du verhältnismäßig wenige Abonnenten hast und deine Videos performen alle gut, dann pusht sich der Algorithmus immer weiter und immer weiter und immer weiter. Egal, was du für Videos machst, das ist ein sehr, sehr gutes Zeichen. Dementsprechend, Navix, zieh weiter durch, bleib dran und dann, denke ich, geht das relativ schnell weiter so. Ihr macht auch gute Videos mit einer sehr, sehr schönen Qualität. Ich bin gespannt, was es mit der verstörenden Seite von YouTube Kids auf sich hat. Und an der Stelle, ja, ich muss beten, ihr habt sowas von recht. Macher rastet schon wieder aus. Lasst gerne ein Abo da. Mittlerweile sind wir immer noch bei 37,7% Abos hier auf dem Kanal, die meine Videos schauen. Und 43,6% sind mittlerweile männlich. Das ist so viel wie, glaube ich, noch nie. Das ist Wahnsinn. Ja, und damit würde ich sagen, legen wir los und schauen mal, was es mit YouTube Kids auf sich hat. Abwarten. Willkommen, Freundin der Minecraft Pornos. Ich glaube, das Video ist jetzt schon gelb. Naja, jedenfalls für... Scheiße, Junge, aber warum macht ihr denn wirklich zu Beginn das Wort Pornos rein? ...das heute wieder super ekelhaft. Ich habe in früheren Videos ja schon mehrfach Leute kritisiert, die gerade im Kontext mit Minderjährigen... Hey, wait, 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 wait. Warte, stopp. Der Typ hier, ich habe auch schon mal ein Video dazu gemacht, zu dem. Dann hat er irgendwie mir eine Mail geschrieben mit irgendeinem Anwaltszeug und keine Ahnung. Also ich glaube, der fand dann mein Video nicht so gut. Und dann wusste ich nicht, was es damit überhaupt auf sich hat und was da jetzt los ist. Ähm, ja, ich habe da auch... Das war schon ein Format gewesen. Irgendwann habe ich es dann eh gelassen, aber deswegen kenne ich den. Der... Da gab es eine Doku über den. Also Realtalk, der hat richtig viel... Also der hat richtig schlimme Scheiße gemacht. Ich bin gespannt, ob dazu noch was gesagt wird. Aber vielleicht gucken wir uns das auch so nochmal an. ...die gerade im Kontext mit Minderjährigen sexuelle Dinge auf YouTube geteilt haben. Heute beschäftigen wir uns aber mit einer Plattform, die davon eigentlich nicht betroffen sein sollte. Dabei handelt es sich nämlich um YouTube Kids. Dort werden Inhalte explizit für Kinder hochgeladen. Doch ich sag mal so, wie sehr die für Kinder sind, das erfahrt ihr heute. Spoiler, es wird absolut, absolut krank. Und was bestimmte YouTuber damit zu tun haben, das erfahrt ihr ebenfalls heute. Wir fangen jetzt an. Ach ja, und lass mal gerne ein Abo da. Wir sind fast bei den 50k. Also, bevor wir jetzt zu dem Problem an sich kommen, müssen wir etwas backtracken und ein paar grundlegende Infos sammeln. Dafür gehen auch Credits raus an Shizoya. Der hat ein ähnliches Thema schon vor ein paar Wochen thematisiert. Das, was wir rausgef... Ey, wait, was ist das für ein Thema? Das kenne ich noch nicht. Die verstörende Minecraft-Kinder-Serie auf YouTube. Shizoya. Auf den Kanal haben wir auch schon mal reagiert gehabt. Shizoya, wait. Den kenne ich, den Kanal. Okay, krass. Junge, die verstörenden Mario-Videos für Kinder. Okay, klingt auf jeden Fall auch krass. Da können wir öfter mal vorbeischauen. Junge, lass dir mal ein Abo da. Der hat doch damals auch schon gute Videos gemacht. Komm, abfass. Das, was wir rausgefunden haben, ist aber noch um einiges krasser. Trotzdem ist sein Video für unseren Kontext wichtig. Also, was ist eigentlich das Problem? Naja, 2018 gab es auf YouTube schon eine Art Bewegung namens Elsa-Gang. Dort wurden Charaktere wie Elsa oder andere eher Kinderserien-Charaktere stark sexualisiert und in merkwürdigen Situationen gezeigt. Das ging sogar so weit, dass in solchen Videos sichtlich minderjährige Charaktere gezeigt wurden, die irgendeinen sexuellen Bullshit gemacht haben. Eine Stufe schlimmer wurde es dann, wenn man tiefer in diese Ecke abtaucht. Dann hat man nämlich Videos von echten Kindern leicht bekleidet gefunden. Kein Witz, wirklich. In diesem Video kommt... Das war richtig krank. Ich erinnere mich noch sehr, sehr gut. Das ist mittlerweile vielleicht auch schon so sechs Jahre her. Ich habe dazu damals auch Videos gemacht. Ich weiß nicht, ob die noch online sind, weil ich musste mal eine Zeit lang meine ganzen Videos offline stellen, weil ich zwei Strikes hatte. Und ich Angst hatte, dass dann wegen irgendeinem Random-Video von früher noch ein dritter Strike reinkommt. Und das war eine richtig eklige Angelegenheit. Ja, also diese Leute, die haben ja einfach Kinder ausgenutzt, um damit Geld zu machen. Die haben so richtig... Also so... Fremdscham erregend ist nicht mal nur ein Begriff dafür. Es war einfach nur ganz, ganz schlimm. Es war einfach ganz, ganz schlimm, was die für Content gemacht haben, wie die sich verhalten haben. Es war mega gruselig. Ich glaube, als Kind hätte ich auf Ernst Angst bekommen. Ich hätte nichts lustig gefunden und wäre vielleicht sogar verstört gewesen. Also... Und die Videos, die haben teilweise über 100 Millionen Aufrufe gehabt. Das ist halt absurd. ...kommentaren von diesen leicht bekleideten Kindern findet man dann Nachrichten, die eine Art Code versteckt halten, die einen auf externen Seiten weiterleihen mit kinderpornografischen Inhalten. Also ja, alles ganz normal oder so. Wäre doch jetzt nur extrem schade, wenn sich das nicht geändert hätte, oder? Naja, YouTube ist ja früher dagegen vorgegangen. Und dann war ja auch alles wieder in Ordnung, oder? Naja, ich wünschte, es wäre so. Darf ich vorstellen, Elsa Gates 2024. Mehr oder weniger. Es gibt da so einen Kanal namens... Junge, okay, okay. Sollte das jetzt ein sehr negatives Beispiel sein? 2,91 Millionen Abonnenten. Wir halten es fest. Der Kanal hat fast 3 Millionen Abonnenten. Kissy Show. Und ich sag mal so, mögt ihr Poppy Playtime? Ihr wisst schon, das Horrorgame mit diesen komischen Figuren. Ich hab das nie gespielt, aber ich glaube, selbst wenn ihr es nicht kennt und nur seht, ihr kennt das. Ich glaube, nach diesem Kanal hier habt ihr ein anderes Bild von diesen Charakteren. Ich mein, guckt euch das mal an. Da bekommt das Wort Fiebertraum ja eine ganz neue Bedeutung. Lass uns aber mal in so ein Video reingucken. Ich weiß es doch auch nicht mehr. Ich find den Content eigentlich voll normal. Also keine Ahnung, was ist hier dran. Vor allem, was für einen Sinn... Also Videos müssen nicht immer einen Sinn ergeben. Das kann auch manchmal einfach nur unterhaltsam sein. Aber das ist halt für Kinder auch nicht unterhaltsam, nicht wissenswert, nicht irgendwas, wo man was lehren kann oder wo was gelehrt wird, wo keine Werte weitergegeben werden. Es ist nichts. Es ist maximal verstörend. Also, das ist... Ich check das nicht. Aber wirklich ganz, ganz viel. Das war auch vor 5, 6, 7 Jahren, war es auch schon so, dass so extrem viel Müll zu YouTube Kids kam. Und ja, also ich hätte niemals mein Kind da an YouTube Kids gelassen, muss ich auch ehrlich sagen. Also so unaufbesichtigt. Und wenn wir dann mal richtig ins Thema abtauchen und nach den Worten Elsa Pregnant suchen, frag mich nicht warum, naja, dann finden wir das hier. Ihr seht es ja. Die Thumbnails sagen genug aus, denke ich. Wobei ich finde, dass dieser Kanal hier dann noch einiges drauflegt. Guck da mal rein. Ich meine, was zur Hölle. Kurzer, wichtiger Ein... Warte. Was steht jetzt hier? Junge, guck mal, 10 Millionen Aufrufe. Elsa und Jack Frost, have a baby. Disney, Frozen Couple. Disney, Princess Elsa, Love Pro... Was? Love Problems? Ach nee, Liebe, Probleme und geborenes Baby. Puzzle Games for Kids. Frozen Mermaids, Princess Elsa. 24 Millionen Aufrufe. Ich sag doch, die Videos... Und der hat gerade mal 37.000 Abos. Ich hab nicht ein einziges Video mit über einer Million Aufrufe. Der hat einfach Videos mit 24 Millionen, mit 10 Millionen, mit 1,1 Millionen, 1 Million. Das ist absurd. Ich kann's nicht nachvollziehen. Ich finde, dass dieser Kanal hier dann noch einiges drauflegt. Guck da mal rein. Ich meine, was zur Hölle. Kurzer, wichtiger Einwurf, bevor es jetzt weitergeht. Ich hab heute meine Kanalmitgliedschaften aktiviert. Das heißt, wenn ihr mich supporten wollt, könnt ihr dann eine Mitgliedschaft abschließen. Da bekommt ihr dann unter anderem neue Emojis, neue Sticker, einen eigenen Discord-Rang und verschiedene andere coole Vorteile. Würde mich super freuen, wenn ihr da mal vorbeischaut. Jetzt aber weiter mit dem Video. Wir können jetzt also klären, sowas gibt es schon eine wirklich lange Zeit und geht nie wirklich weg. Wäre doch jetzt nur doof, wenn es sowas auch in Minecraft gibt. Und da kommt die Minecraft Monster School ins Spiel. Wenn ihr euch jetzt fragt, was ist das? Naja, das sind Minecraft-Lernvideos, so oft lustig. Eben eine Minecraft-Schule. Da machen zum Beispiel Monster aus Minecraft irgendwas Lustiges, eben so Unterhaltungsstuff. Jetzt haben nur einige diesen Hype um den Namen Minecraft Monster Schule für etwas, naja, sagen wir mal, anderes benutzt. Ich meine, wenn man Minecraft Monster School sucht, springt einem sofort sowas ins Auge. Gucken wir da mal rein. Ich weiß nicht, seit wann ist ein Minecraft das möglich? Also ist das überhaupt, ist das einfach nur animiert oder ist das wirklich ein Minecraft? Wie kann, wie kann das ermöglicht sein? Oder werden? Ich dachte, das ist ein Blogspiel. Okay, es ist animiert. Okay, okay, okay. Es gibt mehr Kraft, dass es nur animiert ist. Aber, wie kommt man darauf? Ihr denkt, das ist schlimm? Gucken wir mal in das Video von Skullgirl mit dem Titel Help Zombie Turned Into Skibbity Toilet vs. Hero Bride vs. Alex. Naja, wir gucken. Vor allem, YouTube Kids ist doch für Kinder. Achten Kinder auf die Oberweite von Frauen oder, also Kinder sind doch noch gar nicht in der Lage, das überhaupt anziehen oder Reizen zu finden oder sowas? Das ergibt doch keinen Sinn. Ich verstehe es wirklich nicht. Na gut, vielleicht dann für Pubertär, aber guckt sich denn Pubertär, ich weiß nicht, ob sich ein Pubertärer so eine Scheiße anguckt. Ich weiß es nicht. Ich weiß nicht, dass da der Sinn dahinter ist. Naja, ihr seht, das kann ja nur gut werden. Ich frage mich, wer der Kopf dahinter ist. Also wer steckt hinter der Person, der sich die Idee gemacht hat, ey, yo, lass mal das Video drehen. Also es muss ja eine Idee dahinter stecken und es muss ja irgendwie einen Sinn ergeben oder irgendeine Geschichte dahinter stecken. Aber es ist, ja, es ist einfach nur ein Fiebertraum. Allein das Zombie Life zeigt ja schon, es gibt leider zu viel davon. Aber hey, immerhin steht cute im Thumbnail, oder? Ja, ja, ich seh schon, das ist richtig cute. Verinnerlichen wir das Ganze jetzt mal. Pädophiler Fetisch-Content auf YouTube mit Kindercharakteren. Und YouTube macht gar nichts? Sie in einem Spiel. Zumindest kriegen sie nichts hin. Wäre doch jetzt nur schlimmer, wenn das Ganze auch auf YouTube Kids so ist. Ich glaube, ihr wisst, was jetzt kommt. Für alle, die jetzt aber nicht wissen, was YouTube Kids ist. YouTube Kids ist eine Plattform, wo nur kinderfreundliche Inhalte erscheinen. Bzw. erscheinen sollten. Mit einem Haken kann man nämlich bestätigen, dass ein Video nur für Kinder ist. Und so landen solche Videos daneben auf YouTube Kids. Manchmal werden sie aber auch so eingerankt. Warum auch immer. Diese Version von YouTube hat doch theoretisch einige Vorteile. Wie z.B. härtere Filter, Eltern- und Kinderaccounts, sowie keine Kommentarsektionen. Also alles, was das Ganze kinderfreundlicher machen sollte. Und das merkt man ja auch an dem sehr kinderfreundlichen Design. Aber allein an der Startseite merkt man ja schon, dass das Ganze hier super interessant wird. Sehe man nämlich das Alter seines Kindes eingestellt hat, gelangt man auf eine modifizierte Seite von YouTube, wo man zwischen Empfehlungen, Spielen, Musik und so weiter aussuchen kann. Interessant ist aber auch, welche großen YouTuber man da findet. Dazu aber später mehr. Jedenfalls gibt es schon auf der Startseite, bzw. in der Suche... Ich sag, okay, pass auf, ich predikte mit großen YouTubern. Ich sag, iCrymax. Ich glaub, der passt dahin mit dem Roblox-Content. Auch ein Standardskill, wenn's einem großen YouTuber geht. Ich glaub, die wird mir einfallen, weil die halt so Roblox-Zeug machen, oder? Und ich glaube, also das machen ja auch eigentlich nur Leute, die, also dieses Roblox-Zeug machst du ja nicht, weil dir das über krass Bock macht, sondern weil du halt damit weißt, okay, yo, du sprichst ein junges Publikum an und da gibt's ordentlich Kohle, weil da der CPM besser ist. Und vielleicht ranken die das dann als kinderfreundlich ein, damit das auf YouTube Kids landet oder so. ...Buchleiste, eine kleine Red Flag, die eigentlich schon zeigen sollte, worauf das Ganze hier hinausläuft. Dann gibt man die Buchstaben SE ein, dann, naja, ihr seht, was man dann findet. Sollte mich das auf einer Kinder-Website schon mal abschrecken, bzw. wann, naja, vielleicht. Aber wir wollen natürlich den angemessenen Kinder-Content sehen, wofür die Seite ja laut Beschreibung offensichtlich da ist. Junge, was? Wenn du SE eingibst, kommt das? Warte, ganz kurz. Okay, was bei... Yo? Hä? Das hab ich ja noch nie... Was? Warum ist das auch auf YouTube, auf normalen YouTube, nicht nur auf YouTube Kids? Das hab ich ja noch nie gesehen. Ich geh da jetzt nicht drauf. Ich glaub, es ist... Ich kann YouTube nicht mehr trauen. Ich glaub, ich kann YouTube nicht mehr trauen, Leute. Wisst schon, Kinder-Safe-Space. Hier sollte es ja nichts Komisches geben. Naja, suchen wir mal nach dem Begriff, der uns hier auch schon vorgeschlagen wird. Da kommen wir nämlich auf eine Seite, die neben Aikali-Fuß-Videos doch ganz andere Dinge enthält. Nämlich zum Beispiel dieses Video. Anime del Asombroso Circo. Ach, ich hab da auch keine Ahnung. Das Video hier auf jeden Fall. Ich lass euch das jetzt mal bis zum Ende abspielen. Es ist auf jeden Fall... Also wenn ich das als Kind jetzt ansehen würde, in einer stillen Minute, würde ich danach traumatisierend rausgehen und Angst haben, weil ich nicht weiß, was der komische Typ gesagt hat und die Videos sind gruselig. Na, habt ihr es gesehen? Zwischen dem sehr, sehr fragwürdigen Video ist ein Twitter-Profil. Gucken wir da mal drauf. NSFW-Content. Hier wird ein Cartoon-Porn-Twitter-Account beworben. Auf YouTube. Kids. Selbst auf normal YouTube wäre das der begrenzwertig. Ich mein, bei dem Video wurde ja offensichtlich angekreuzt, dass es für Kinder ist. Was zur Hölle. Und das ist nicht das Einzige. Was euch sicher schon ins Auge gesprungen ist, sind diese sehr sass aussehenden Minecraft-Videos. Gucken wir doch mal in eins rein. Warte, das ist, äh. Also ich verstehe es ohnehin nicht, warum man sowas animieren muss. Aber wenn man sowas macht, warum YouTube Kids? Was denkt man sich auch als Ersteller des Videos dabei, das für Kinder anzubieten? Also da muss einem doch selber, also egal wie geldgeil man ist, ne, und wie hart man das vielleicht feiert, wenn man dadurch einen Euro mehr verdient. Da muss einem doch selber mal im Gehirn klar werden, dass das nicht okay ist. Ja, genau. Wir sind hier angelangt. Bei einem kleinen Mädchen, das für ihren Vater tanzt. Das wird aber noch schlimmer. Gucken wir uns mal ein anderes Video an. Ah, ein kleiner Junge in einem Nekomade-Kostüm. Und der spielt mit einem Pisten, der auf und ab geht. Der Vater drückt ihn dann an seine Wangen, der Junge wird rot, und der Pisten bleibt oben. Ach so, wenn es nichts anderes ist. Das Ganze wird jetzt aber noch schlimmer. Und ja, das geht. Denn wenn man... Das ist einfach Minecraft. Junge, wie kann man das so verschandeln, das Spiel? Wenn man Titel ins Deutsch übersetzt, kommt sowas raus wie Was wäre, wenn jeder einen Mund hätte? Natürlich ist das nicht 100% accurate, aber der Kontext liest sich ja raus. Wo bin ich denn hier gelandet? YouTube Kids aka die tolle, sichere Plattform für Kinder ist es auf jeden Fall nicht. Aber auch solche Videos. Oder sowas. Da wird offensichtlich auf Kinder gegeiert. Ich bin nachhaltig verstört. Ich weiß nicht, was ich jetzt gerade dazu sagen soll. Also der Clip, der hat nicht gerade... Also... Junge, wie kann das durchgelassen werden? Wie kann das möglich sein? Wie kann der Kanal überhaupt existieren? Ich meine, das spricht offensichtlich einem Publikum an, was sehr, sehr jung ist. Also, ich bin... Nee, keine Ahnung. Also dazu fällt mir nicht viel ein. Wie kann der Kanal Geld machen? Ja, ich weiß nicht. Also, das ist... YouTube denkt sich wahrscheinlich, ah, es ist Minecraft, Minecraft ist okay. Fertig. Und dann, wenn man aber wirklich mal reinschauen würde, dann sieht man, was das für eine Kacke ist. Alter! Alter! Vor allem wird das alles auch so viel für harmlos oder plötzlich dargestellt oder relativiert Dinge und so weiter. Junge, die... Die mit irgendwelchen Erwachsenen kuscheln. Ich weiß doch auch nicht. Das Ding ist, auch diese Anime, Uwo Zero Two, keine Ahnung. Das war doch nicht nur Kuscheln, ne? Ich habe eher Angst, dass es noch auf eine andere Sache mit hinausläuft. Und das ist, ja, keine Ahnung. Ich weiß nicht, ob das so förderlich ist für Kinder. Ich weiß doch auch nicht. Das Ding ist, auch diese Anime, Uwo Zero Two, keine Ahnung, wie man das nennt, Tänze, die werden da auch mitgenommen. Auch mit Kinderfiguren. Wir gucken mal in verschiedene Videos rein. Das hat halt nichts auf YouTube. Gerade nicht auf YouTube Kids und sonst irgendwo auf normalen Plattformen zu suchen. Auch die Titel dazu, wie vorgeben, vor Barkas Kuhn Chibi zu schlafen. Naja, das muss halt nicht. Das Ding ist, auf YouTube Kids... Ja, also, wenn es auf normalen YouTube wäre, ja, okay, kritisch, alles gut, ja, würde ich auch nicht geil finden. Aber Junge, es macht's hundertmal schlimmer, dass das Ding für Kinder ist. Also, dass es extra für Kinder ist. Auf einer Plattform, wo stellenweise Eltern ihre Kinder abparken praktisch und die Kinder, die wischen da durch, wie sie Bock haben und dann sehen die solche Videos und kriegen den Knacks. Es sind noch ganz andere Probleme unterwegs. Und zwar gibt es auch bekannte YouTuber aus Deutschland, die diese Pregnant, also Schwangerschaftsdinger, super ausgeschlachtet haben und die irgendwie auf YouTube Kids gelandet sind. Beispielsweise, Polizistin bekommt Baby im Gefängnis. Oder, um das Ganze noch schlimmer zu machen, Emilys Poe wird von Bienen gestochen. Es ist doch wieder die Salami. Also nicht Salami, sondern der Typ heißt Lami. Der hat doch nachwächst auch schon einen heftigen Beef mit ihm geführt. Stochen. Digga, ist das ein Brazilian Butt Lift? Was ist denn das? Wahre Kenner wissen jetzt aber schon, um wen es sich handelt. Richtig, um Lami. Der hat nämlich vor ein paar Jahren genau so einen Content gemacht. Gucken wir aber mal in das Emilys Poe-Video rein. Emily? Hä? Zieh deine Rüstung an. Was soll das denn? Okay, lass uns einfach schnell in den Honig klauen. Oh Gott, mein Popo. Aua. Oh, ich muss schnell weg hier. Oh Gott. Ja, richtig. Die läuft die ganze Zeit in dieser Unterwäsche rum. Und wieder mal auf YouTube Kids. Ich weiß ja, dass es komische Menschen auf dieser Welt gibt. Aber auch welche im deutschen Raum. So komisch. Wirklich. Aber na gut. Gehen wir mal weg. Junge. Eigentlich ist es nicht lustig, aber das ist komplett geisteskrank, wenn ich mir das so angucke. Wie kommt man denn? Guck mal. Wie wenig Hirnzellen musst du haben, um zu denken, dass das Video eine gute Idee ist. Und dass das auf YouTube Kids gehört. Also wirklich, wie wenig in der Birne musst du haben. Also Lami ist auf jeden Fall, der spielt auf jeden Fall in der Intelligenzliga ganz oben mit. Da bin ich mir ganz sicher. Deck davon. Sonst wird wieder von der Lami-Bubble auf irgendwelchen Community-Discords über mich geschrieben. Und das wollen wir ja wirklich nicht. Na, warten wir mal ab. Ja, also wenn die Community aus Fünfjährigen besteht, dann können die froh sein, wenn die ein Wort richtig schreiben können. Also von daher, ich glaube, mir wäre es egal, wenn die Lami-Bubble irgendwas über mich schreibt. Ich hoffe einfach, dass der Typ mittlerweile nicht mehr diesen Content bringt. Wenn doch, dann, Junge, peinlich einfach. Warte, warte, wie viel hat Lami? Also Lami? Hat der, Hä? Junge, der hat 2,5 Millionen Abos. Okay, der macht aber eher Shorts-Videos wahrscheinlich. Der macht trotzdem so viele Klicks. Junge, hier ist diese Cancel-Güle, die hier so auch so diesen Über-Fake-Content macht. Look, Kevin. Wie viel macht der im Monat Klicks? So, das will ich jetzt sehen. Das will ich jetzt sehen, wie viel der im Monat Klicks macht. Jetzt kommen bestimmt noch seine Shorts und dann ballern die Klicks komplett. Ja, Junge. Oh, was? Das habe ich noch nie gesehen. Der macht 73 Millionen Aufrufe. Der macht im Monat 260.000 Abos. Was? Zum Teufel. Junge, wirklich, das macht ja nicht mal Paluten, aber wir müssen auch darüber reden, dass es halt die Shorts sind, die so hochgehen. Die Shorts, die machen so unfassbar viele Aufrufe, gerade wenn er sehr viele Shorts hochlädt. Hier, die machen ja krass viele Aufrufe, aber das ist ja völlig brutal. Der verdient sich damit dumm und dämlich, dass er hier irgend so einen Kinderkack da hochlädt. Ich meine, wenn es sonst nichts weiter problematisches ist, okay, aber also, wenn er auch so ähnliche verstörende Scheiße mal gemacht hat, dann Junge, schämt dich einfach. Sehr, sehr traurig. Wie gesagt, weiter. Ich hätte gerade Lust auf ein bisschen Musik, zu der ich weiden kann. Die gibt es sogar auf YouTube Kids mit Musikvideos. Ja, Hamburg, bitte. Was ist das? Ach so, Roblox. Ich frage mich, wer erstellt das? Wer sind diese Menschen? Ich meine, wundert es mich eigentlich ja nicht. Ich glaube, dieser Plattform, gerade YouTube Kids, kann man nicht mehr helfen. Und dass bestimmte YouTuber aus Deutschland da mitziehen für ein bisschen Geld, naja, ich weiß ja nicht. Das Ganze in Real-Life-Version gibt es tatsächlich aber auch. So wie in dem Video hier, wo eine schwangere Frau im Meer genauestens gefilmt wird. Wir gucken da auch mal rein. Ich meine, klar, sie hat da einen Oktopus am Bauch und das ist lustig, aber der Grund für das Video ist ja offensichtlich was anderes, wenn man sich die restlichen mal anguckt. Aber ich sag mal so, ich hab da auch einen Kanal gefunden, der verdient ein ganz eigenes Video. Aber kurz mal angerissen, guckt euch mal dieses Thumbnail an. Was für ein Elternteil muss man sein, wenn man solche Bilder beziehungsweise Videos von seiner Tochter ins Internet stellt? Und das Ganze mehrfach und viel schlimmer. Naja, die heben wir uns mal für ein anderes Video auf. Es ist jedenfalls super schwierig, weil hier so viele komische Fetische und Videos ausgelebt werden. Ich meine, I was pregnant at the same time as my best friends in Roblox? Warum? Was zur Hölle? Aber auch die offensichtliche sexuelle Darstellung von Kindercharakteren. Alles irgendwie nicht so YouTube-Kids-like. Ja, das machen übel viele. Dieses irgendwelche Charaktere, so Marvel, keine Ahnung, ich weiß nicht, Marvel wäre ich nicht, aber irgendwelche Disney-Charaktere und die werden dann verunstaltet und sexualisiert und für Kinder zugänglich gemacht. Das finde ich schon sehr, sehr eklig. Ja, also warum muss es unbedingt immer Kinderzeug sein? Ich meine, ja, auch im Erwachsenenbereich ist es scheiße, wenn da Leute so verunstaltet werden, dass sie sexualisiert werden und so, obwohl sie da nichts dafür noch können. Aber, Junge, das für Kinder noch zugänglich zu machen, finde ich, ist noch eine Stufe härter. Oder wollten sie mit YouTube Kids eine Plattform über Kinder-Content machen? Über speziellen Kinder-Content? Naja, dann hat das Ganze auf jeden Fall geklappt. Wenn es aber ein Safe Space sein soll, dann eher weniger. Ich meine, was soll ich noch sagen? Wir haben uns durch die Tiefen der Abgründe von YouTube Kids gegraben und mussten leider feststellen, dass auch diese Plattform alles andere als sicher für Kinder ist. Im Gegenteil, sie ist eine absolute Gefährdung. Viel schlimmer, dass sogar deutsche YouTuber ebenfalls so einen Content produzieren, auf gewisse Weise und damit noch erfolgreich haben, ist halt ein Armutszeugnis. Von dem Schwangerschaftszeug, dem Minecraft-Sexualisieren von Kindern und so weiter, da will ich gar nicht weiter drüber reden. Ich habe das Gefühl, wenn man noch weiter recherchiert, findet man dann auch ganz andere Dinge auf der Plattform. Ich meine natürlich außer das Bewerben von NSFW-Accounts Ja, wie gesagt, ich hatte dazu, oh, warte mal, gibt es das noch? Alpha Kevin Elsa Gate? Hieß das Elsa Gate? Ich dachte, es hieß Elsa Gate damals. Es gab mal Pizza Gate, Elsa Gate gab's und ich glaube, ich hatte Elsa Gate ein Video gemacht, aber das ist wahrscheinlich mittlerweile offline. Das war richtig brutal gewesen. Okay, nee. Ja, das war schon eine heftige Angelegenheit. Gut, das hat nichts mit mir zu tun wahrscheinlich. Auf der Kinderplattform. Schreibt mir mal gerne eure Meinungslinien mit dem ganzen Zeug in die Kommentare. Wenn euch das Video gefallen hat und ihr mehr über solche wichtigen Themen erfahren möchtet, lasst gerne ein Abo da. Joint mal im Discord oder folgt mir auf Insta, wie auch immer, worauf ihr Bock habt. Alle Links sind in der Beschreibung. Checkt die Kanalmitgliedschaft aus, wird mir super viel bedeuten. Das war's jetzt mit dem Video. Bis dann. Okay, ein sehr, sehr gutes Video. von Narvex und auch, es zeigt halt, sag ich mal wieder, die Hintergründe bei YouTube. Wir wussten, also sagen wir es mal so, ich bin nie auf YouTube Kids, deswegen sehe ich sowas nicht. Ja, also maximal, wenn es mir Zuschauer mal schicken oder sowas, wie gesagt, damals hatte ich dazu auch Videos gemacht. Aber, dass es immer noch auf so eine sehr kranke Art und Weise Content gibt, ist schon traurig. Also ich finde, es sollte gerade im Kinderbereich sollte viel härter geprüft werden, was erlaubt ist und was nicht. Und ich finde auch, wenn Leute da extrem negativ auffallen, dann sollten die kein Recht mehr haben, bei YouTube Kids zu landen. Weil die dann immer wieder damit auffallen könnten. Also das muss dann schon wirklich 100% safe sein und ja, offensichtlich ist es jetzt nicht immer so. Wurde ja hier gerade ganz gut aufgezeigt. Also ich finde wirklich, wenn zum Beispiel gezeigt wird oder wenn so eine Sexualisierung stattfindet, sollte man den Kanal direkt für immer bei YouTube Kids rausnehmen. Weil du weißt nie, was die Person sonst noch für ihr Content darstellt und hochlädt. Weil die umgehen ja, die versuchen ja alles irgendwie zu umgehen und trotzdem machen die damit große Scheiße. Also das ist eine sehr traurige Angelegenheit. Nicht nachvollziehbar für mich. Ich frage mich, wie man als Erwachsener auf so einen Content kommt und denkt, das ist eine gute Sache. Schreibt gerne eure Meinung dazu in die Kommentare. Ja, der Link ist in der Beschreibung zu diesem Video. Checkt das unbedingt ab. Lass auch gerne ein Abo da bei Navex und als Algorithmus-Kommentar schreiben, was schreiben wir als Algorithmus-Kommentar? Bevor ihr natürlich hier nochmal ein Abo da lasst. Als Algorithmus-Kommentar schreiben wir ähm absurd absurd Elsa boah Elsa okay. Ja, wobei mit Elsa kann man viel anfangen mit Elsa geht, oder? Schreibt mal Elsa in die Kommentare. Es sind noch vier Buchstaben, das ist okay. Schreibt Elsa in die Kommentare. Ähm dann, dann seid ihr die allercoolsten und dann kenne ich schon mal einen Namen von Disney. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Wie gesagt, lasst gerne ein Abo da für die Statistik, für die 100.000 Abos eines Tages, wenn wir das hier knacken können. Äh, würde mich sehr, sehr freuen. Ich bedanke mich. Ich wünsche euch jetzt noch einen wunderhübschen Tag. Ich habe sehr, sehr starke Schmerzen. Ich habe sehr starke Schmerzen wegen Patrick, dass ihr einen Stufe 3 Sab raus habt. Junge, vielen, vielen lieben Dank für den Sab. Äh, ich wünsche euch jetzt noch einen schönen Tag und macht's gut dort rein. Denk schon an das Wängchen. Euer Alpha Kevin und Ciao, ciao. Ciao, ciao.